Hörbare Version des Beitrags Galeriewesen – Einblicke und Erfahrungen eines Künstlers Nachdem ich persönlich feststellen musste, dass meine Vorstellungen und Erkenntnisse über das Galeriewesen nicht immer mit den regionalen Gepflogenheiten übereinstimmen, wurde mir die Bedeutung eines tiefgreifenden Verständnisses für die Bedürfnisse und Erwartungen verschiedener Kunstszenen klar. Eine unerwartete Lektion erhielt ich durch die Reaktion eines Sammlers auf eines meiner grafischen Werke. Ein Wandbild, dessen Wirkung überraschenderweise durch die Positionierung neben einem schlichten Pflanzentopf verstärkt wurde. Dieses kleine Detail verdeutlichte mir, wie entscheidend die Präsentation jedes Kunstwerks ist, um seine volle Wirkung zu entfalten. Es zeigte mir, dass die Umgebung, in der Kunst präsentiert wird, erheblichen Einfluss auf die Interaktion zwischen Werk und Betrachter hat. Meine Reise durch das Galeriewesen hat mir im Laufe der Jahre gezeigt, dass Kunstausstellungen weiter sind als bloße Präsentationsmöglichkeiten. Sie sind lebendige Foren, auf denen Kreative die Früchte ihrer Arbeit einem vielfältigen Publikum zugänglich machen können. Ich erinnere mich lebhaft an eine meiner ersten Ausstellungen in einem kleinen Haus in der Innenstadt. Zwei Räume, die in einem kräftigen Orange gestrichen waren, RAL 2007. Ich saß auf einem moosgrünen Stuhl, passend zu meinem Strickpullover. Alles fügte sich wunderbar zusammen. 20 Werke, gerahmt unter Glas, hingen an den leuchtenden Wänden und in der Ecke des ersten Raums stand ein alter Kachelofen. Die entspannte Atmosphäre dort schuf einen unerwartet tiefen Dialog zwischen meinen Werken und den Besuchern, der in traditionellen Galerien nicht immer so möglich ist. Diese Erfahrung zeigte mir, wie wichtig es ist, den Ausstellungsort bewusst zu wählen, um Kunst möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen und zugleich die Werke angemessen zu würdigen. Die Vielfalt der Ausstellungsorte, von klassischen Galerien über Museen bis hin zu Cafés und öffentlichen Plätzen, spiegelt das breite Spektrum der Möglichkeiten wider, Kunst zu erleben und zu teilen. Jeder Ort bietet eine einzigartige Atmosphäre, die den Dialog zwischen Künstler und Betrachter auf seine Weise fördert. Da war noch dieses eine Bild mit den zwei Äpfeln am Baum und dem Tautropfen, der wie eine Träne aussieht. Verkauft wurde es bis heute nicht. Aber Ausstellungen sind nicht nur Plattformen für den Verkauf von Kunstwerken. Sie spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Künstlerkarrieren, indem sie die Sichtbarkeit der Werke erhöhen und das Verständnis für ihre Bedeutung vertiefen. Ein prägendes Beispiel für die erweiterte Reichweite durch weniger konventionelle Ausstellungsorte war die Teilnahme meiner Werke an einem Kunstfestival im Freien. Die offene Umgebung, kombiniert mit zufälligen Passanten und gezielten Kunstliebhabern aus ganz Deutschland, erweiterte nicht nur die Sichtbarkeit meiner Arbeiten, sondern führte auch zu inspirierenden Gesprächen und neuen Perspektiven. Natürlich konnte ich dort nicht mein ganzes Portfolio zeigen. Nässe, Strandsand und die kalte Salzluft in der Nacht hätten einige Werke unwiederbringlich beschädigt. Solche Erfahrungen verdeutlichen, wie wichtig es ist, eine Balance zu finden zwischen der Zugänglichkeit für das Publikum und dem professionellen Schutz der Werke, um die Vielfalt und Reichweite der Kunst zu maximieren. Galerien und ähnliche Einrichtungen dienen als kulturelle Knotenpunkte, die den Austausch und die Vernetzung unter Kunstliebhabern fördern. Sie bereichern nicht nur das kulturelle Leben, sondern vertiefen auch das Verständnis und die Wertschätzung für Kunst. Ich kann nicht immer persönlich bei jeder Ausstellung anwesend sein, doch es ist mir wichtig, bei der Ausstellungseröffnung oder zu anderen Zeitpunkten präsent zu sein, auch virtuell. Die sorgfältige Präsentation der Werke, die Beleuchtung und die Platzierung sind entscheidend, um ihre volle künstlerische Botschaft zu entfalten. Während traditionelle Galerien ein kunstinteressiertes Publikum anziehen, fördern alternative Ausstellungsorte die Demokratisierung der Kunst. Viele davon sind öffentliche oder semiöffentliche Räume, wie etwa in Konzernzentralen oder Banken. Sie ermöglichen es einem breiteren Publikum, Kunst zu erleben und tragen so zur kulturellen Teilhabe bei. Beide Arten von Ausstellungsorten sind unverzichtbar, da sie unterschiedliche Perspektiven auf Kunst eröffnen und das künstlerische Schaffen in all seinen Facetten feiern. Die Integration meiner persönlichen Erlebnisse und Herausforderungen der letzten 25 Jahre als ausstellender Künstler verdeutlicht die Komplexität von Kunstausstellungen und ihre Rolle bei der Entwicklung meiner Kunst. Die Vielfalt der Ausstellungsorte bereichert unsere kulturelle Landschaft und macht Kunst für alle zugänglich, indem sie Brücken schlägt zwischen der Kreativität der Künstler und der Wahrnehmung durch das Publikum. Mein künstlerischer Weg hat nicht nur meine Perspektive auf die Präsentation und Wahrnehmung von Kunst geprägt, sondern auch meine Überzeugung gestärkt, dass Kunst einen essentiellen Platz in unserem kulturellen und öffentlichen Raum einnimmt. An dieser Stelle möchte ich einen Aufruf an Galeristen, Kuratoren und Verantwortliche in Institutionen wie Banken richten. Betrachten Sie die Möglichkeit, größere Kunstwerke in Ihren Räumlichkeiten zu präsentieren oder in Ihr Portfolio aufzunehmen. Meine Werke, oft in großem Format gestaltet, suchen nach neuen Orten, an denen sie nicht nur gesehen, sondern auch erlebt werden können. Sie bieten eine visuelle Bereicherung ihrer Räume, regen zum Dialog und zur Reflexion an und stärken so die Verbindung zwischen Kunst und Betrachter. Lassen Sie uns gemeinsam Brücken bauen, zwischen der Kreativität der Künstler und der Wahrnehmung des Publikums. Lassen Sie uns die Welt der Kunst für alle zugänglich machen und gemeinsam feiern.